6.30 Uhr und es geht wieder los und zunächst einmal in die Arbeit Freitag Arbeit, hoffentlich ein kurzer Arbeitstag und dann ein verlängertes Pfingstwochenende, hoffentlich in Italien das wäre wunderbar und dann Training Juhain! Auf dem Radl sein, das ist einfach so schön. Es dieselt zwar leicht, aber scheiß auf dich auf. Es ist wunderbar. Und das Gefühl, gerade mal wieder eine längere Strecke zu fahren, mein Gott, ich raste aus. Wahrscheinlich den ganzen Tag ganz himmelig. Fiese Klamotten hier, ne? Bin ich auch. Sehr geil. Ich mag es bunt. So, ich glaube, da kommt jetzt gleich eine ganz nette Aussicht. Schauen wir mal. Ich bin jetzt bei Kilometer 30. Ich fühle mich schon ein bisschen erholt. Ein bisschen. Zumindest. Wie schön und glücklich das ist. Ich habe mich jetzt fast vergessen, dass ich gerade bestimmt eine halbe Stunde verkrackt habe. Ab Wolfratshausen. Weil ich irgendwie doch einen falschen Track auf mein Name drauf geladen habe. Ich denke, da muss ich hin. Ja, ich komme doch. Lass ihn hier. Ich denke, das ist einfach eine Riese. Ihr habt die auf gesehen. Hört ihr so aus? Einmal. Eins, Arno. Schön da auch. Da nix auch schön. So schön grün. So schön hellgrün, frühlingshaft. Also bisher kann ich mich nicht bespielen. Nein. Wie.. Wie.. ____ Ja man kann es lassen, es gibt auch eine traumhafte Gegend da, es ist wirklich wunderschön. Logisch, das zieht natürlich Touristen an, so wie mich. Und dann bei kurz vor dem Mittenwald, irgendwie nach Weidau glaube ich, das ist irgendwie ein Supermanland. Und da werde ich mir das reinknallen, das wäre es jetzt schon. Womöglich habe ich etwas übertrieben, auch mit der Wünsche. Musik 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 Hier geschehen unglaubliche Dinge. Zum einen, ich fahre auf eine Grenze zu und werde nicht umdrehen. Zum anderen, die Sonne. Wie kann es sein, dass da die Sonne kommt? Ich habe mir doch gerade meine ganzen Sachen angezogen. Das ist ein Lichtspiel. Ich habe mal gesagt, Taefs ist erreicht. Sie sieht mich da unten. Und ich muss dann hier links rum. Da müsste es reingehen. Oder ist das noch eins zu früh? Kann sein, dass das noch eins zu früh ist. Weiß ich es gerade nicht genau. Macht aber auch nichts. Sehe gerne. Und da sind gleich noch ein paar lustige Gämsen. Lotti Karotimo. Da vorne kommt jetzt dann das Etztal, das Pizztal und dann auch schon Landeck. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer noch. 50 oder so werden es bestimmt noch sein. Es ist wunderbar ruhig gerade hier die Strecke. Zwischen Telfs und Imst kommen gut voran. Es gibt keine Probleme. Insbesondere durch Gummibärlis, die gerade in meinem Rachen verschwinden. Die hat jetzt gerade ein ganz wunderbarer Abschnitt dieses Radwegs begonnen. Zwischen Imst und Landeck. Ganz toll neben der Eisenbahn. So leicht geschwungen. Mal nach oben, mal nach unten. Bis zum nächsten Mal. Bis spätestens jetzt beginnt dann der meditative Part. Schön in der Dunkelheit. Die Straßen sind leer. Kaum einer unterwegs. Hast deine Ruhe. Kannst nachdenken. Wenn du möchtest Musik hören, Podcast, was auch immer. Oder einfach gar nichts. Da ist das Ding. Schön. Jetzt gibt es meine wärmere Kleidung. Also es ist wirklich ganz kalt. Jetzt muss ich zwar noch ein bisschen hoch und an der restlichen See entlang. Aber danach ist es ja nur noch bergab. Ein bisschen unter Zwischbau. Und dafür auf jeden Fall was warmes. Ich bin einfach hier kurz vorzunehmen. Ich bin einfach hier. Also diese Gefrierbeuteltüten. Da durch die Rücke. Das ist auch dabei. Es gibt auch nichts besseres. Gegen naste Füße. Und auch kalte Füße. Das steht. Irgendwann ist da für Schleisse geil. So. Ende vom Röschensee angekommen. Der Damm. Und jetzt hat... Ich glaub, es müssten jetzt auch ca. 60 Kilometer sein. Es hat jetzt herbstlich gewendet. Leicht geregnet. Es ist gar nicht kalt. Dass das Lärme werden. Die Idee. Der Reflektiert wunderbar. Deruf. Der. Der Füße. Ich glaub. Ich hab einfach das kleinste da, das man machen können. Nein, du kannst. Dich sag'n nie wunderbar. Ich glaub. Der Füße. Der Füße ist bitte wunderbar. Der Füße. Der Füße. Der Füße. Jetzt langsam, auch nicht, hätte ich gesagt, kein Gegenwind, weil es ist natürlich Gegenwind und es ist Unterfliftung. Und den Gegenwind habe ich jetzt Zeit. Auf jeden Fall Zeit für uns. Zeit für uns. Ich glaube es sind jetzt noch so 40 Kilometer und dann bin ich endlich da. Es ist so schön, dass ich mich nicht mehr so weit bin. Aber es ist auch nicht schön, dass ich mich nicht mehr so weit bin. Ich bin schon eine Stunde, aber ich bin schon ein bisschen mit, ich bin jetzt noch ein paar Kälte, um also 10 Kilometer zu hören. Jetzt kommt ein bisschen langsamer mit allem, wenn man denkt. Jetzt bin ich sehr, sehr. Gute Nacht. Jetzt bin ich ganz schön. Hier ist es. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Panoramaweg. Wunderschön. Ja, ein Muss. Ein Muss. Stundenlang könnte ich hier in diesem Kräutergarten sitzen und jedes einzelne Kraut riechen. Das ist so geil. Alle möglichen Thymianarten, Lavendelarten, Melissen, weiß ich nicht was Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Und ich kenne recht viel. Ein paar Blumen, Rengeblumen, Tagefest, alles da. Es ist alles da. Und zum Teil schon super reif. Und bei uns ist noch nicht mal eine Blüte dran. Traumhaft hier. einen ganzen Tag in dieser wunderbaren Gartenstadt Meran. Winter, Jasper. Tschüss. Winter, subscribster statt. Winter, jetzt kommen Bis zum nächsten Mal. 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 Da, denke ich. Bis gleich! Die letzte Hürde. Wo ist denn der Zug? Da ist er. Bis zur Hölle. Wieso steht er da? Die letzten Schritte. Da bin ich. So, jetzt ist Montag um 10 Uhr. Ich bin jetzt auf meinem Weg. Mit Radl nach oben. Und nehme von da einen Zug nach Bozen. Und habe mir gestern noch schnell das Ticket für Bozen München besorgt. Und mit Fahrrad. Ja. Um 18.27 Uhr bin ich dann in München. Und dann kann ich, glaube ich, auf ein richtig tolles Wochenende zurückblicken. Ich freue mich schon, wenn ich jetzt den Film mache. Und die ganzen Eindrücke habe. Die ganzen Mühen haben sich gelohnt, eindeutig. Auch die Hürden, keine Ahnung. Testen vor der Reise und so weiter und so fort. Und jetzt dann nochmal. Und irgendwo anmelden. Elektronische Einreiseanmeldungen hier und da. Aber wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Oder wegen dem Wetter wieder nicht geradelt wäre. Dann hätte ich jetzt halt kein so geiles Wochenende verbracht. Also, haut rein. Überwindet euch auch mal ein Stück weit. Dann kann man nämlich genau sowas genießen. Ich schalte ab. Und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Ciao, ciao. Servus. 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 Servus.